hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel hero wars ich habe schon heruntergeladen heruntergeladen mein alten spielstand gefunden und außerdem schon eine quest fertig gemacht weil ich habe die tageseinsammlung schon einmal genommen dann habe ich gesagt muss ja doch ein video machen deswegen ja dann mal schauen was ich hier machen muss noch alles so belohnung abholen sammeln starten ich habe immer noch neun charaktere eines wenig so ein mist zwei schlüssel habe ich dann ja aber ganz schnell die tagesziele durch erst fertig beginne vier expedition ja ok die schaffe ich nicht muss das warten bis die video zurück sind so ein mist verbesser den skill eines beliebigen hellen ok nehmen wir doch gleich den einmal verbessert reicht besiege alle bosse in friedenland alle sind das die drei kann ich nicht öffnen ich brauche dafür macht sich jemanden ich habe 81 ich muss gegen den kämpfen ich habe nur einen ich bin 31 26 vielleicht schaffe ich das ja letzt mal auch probiert und nicht geschaffen schauen wir mal ja doch das schaffe ich ja ja gut der wurde besiegt noch drei drohen öffnen das ist schlecht machen wir jetzt mal weiter das kann man nicht obwohl warte mal den haben wir gemacht vielleicht können wir den jetzt auch noch besiegen kampf da waren wenigstens drei leute das ist das ist das ist das ist Ja, wir haben ein Ant, gleich ist er da alt. Ja, da liegt die Spinne. Truhe öffnen, kostenlos. Super. Gehen wir mal zurück. Gehen noch mal zu denen hier. Ach, der wird doch auf jeden Fall. Ach so. Noch ausfällend. Der wird doch auf jeden Fall fallen. Ach, voll gut. Mach mal so. Auto. Was? So. 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 gebraucht. Schade. Schade, schade, schade. Gut, dann komme ich da schon mal nicht weiter. Verbessere ein beliebiges Artefakt. Das ist gut. Bei der haben wir was zum Verbessern. Ja. Shit. Ach, machen wir bei der auch gleich. Super. Verbessere das Geschenk der Elemente auf Level 1. Sammel 75, was? Titani, Titanit, Titanit, im Gehlenkerker. Okay, erst mal hier. Erst mal hier. Was muss man hier machen? Ist das das Titanit? Ja. Und jetzt so. Ah, okay. Okay. Nobody. Ah, zwei. Ich brauche 75 heute und 12 habe ich, na super. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Jawohl. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hoffe, die kriegen ja EPs, meine Leute. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. 40 habe ich schon, jetzt habe ich gleich 50 40 40 40 40 40 41 42 43 42 43 43 44 45 45 45 47 45 45 46 46 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51 53 54 55 55 55 55 55 Okay. Wieder meine beiden Giganten. Jawohl. Mir fehlt noch einer. Also letzter Kampf. Oh. 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 jawohl Tasker ist fertig. Gut, weiter werden wir nicht gehen. Gehen wir hier mal raus. 75 eingesammelt. Ja, mache ich jetzt nicht. Hm, 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 hm. Strecke die Straßenräuber nieder. Straßenräuber kämpfen. Obwohl, der hat ja schon alle Sterne. Nehmen wir den hier. Die sollen ja auch mal Level 31 werden. Das war die erste Welle. Uh-oh. Das war die zweite Welle. Okay. Knapp, aber geschafft. Auch nur mit zwei Sterne. Kommen wir nicht weiter bei denen. Bei denen auch nicht. Ja, da gehen wir nochmal hier rein. Gehen wir mal den hier. Ich verstehe das nicht. Wann komme ich denn hier her? Hm. Bei 7 auf 50 kriege ich ein Kristall. Nein, nicht in Kerkereien. Beknownst. In Kerkereien. Ach ja. Acht Minuten. Oh, ein Ring. Nochmal kurz gucken. Das verstehe ich ja nicht. Das geht hier jetzt mit 150, so ein Mist. Nutz 100 Nrg, 3 Videos gucken. Okay, das kann man machen. Bei denen hier, oder bei denen, ne bei denen, ne bei denen. Verdiene 1500 Gd in Aktivitätspunkte. Was muss man da machen? Wer hat nur 2 Sterne? Was muss man da machen? 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 Oh. 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 Oh, du. Ah, wenn ich Energie verbrauche, geht das als Genaktivitätspunkte, okay, hier brauche ich 1500, hier 850, okay, öffne eine Truhe, super. Tausche das Markt einmal, gegen 5 Nacht, keine Ahnung was das ist, kämpfe dreimal in der Arena oder wo ist die Arena, okay, ich habe meine Kampfkraft, ist bei 10.000, da habe ich gar keine Chance gegen irgendeinen, Ach, das war so, die Stärksten drin, ja. ... ... ... ... Okay. Na, war ja klar. Ach, die sind ja noch stärker geworden jetzt. Den hier muss man warten 10 Sekunden. Oh, so bin ich ja noch stärker. Schauen wir mal. Ach, jetzt habe ich nicht gewechselt. Ich trottel. Okay. 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 Oh, mein Bauch. Warum werden die stärker? Wenn man verliert, sollten die doch schwächer werden, oder nicht? Oh, ich war so kurz davor, so kurz, dass ich einen besiegt hätte. Oh, Level 32. Juhu. Nein, nein, nein. Keine Ahnung. Nein. Nein, nein, nein. Ich schließe drei heroische Missionen ab. Das werde ich auch schaffen. Da soll ich hin? Da komme ich nicht hin. Hart. 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 Hart, aber fair. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ach ja. Juhu. Juhu. Geine Ahnung. Schön! Schön. Naja, zwei Sterne. Noch zwei Mal. Meine Leute werden ja auch stärker. Es ist, zack, schon die erste 1,30. Die nehmen wir jetzt weg, nehmen wir die mit. Was ist das? Shit. Noch eine heroische Quest. Oder heroischen Gegner. Aber den noch als Nachkämpfer, der 30 ist. Die Heilerin müssen wir da lassen. Die Heilerin müssen wir da lassen. Die Heilerin müssen wir da lassen. Das wird jetzt glaube ich ein bisschen schwerer. Aber ich fand, der ist jetzt ganz schön schnell gestorben. Jetzt die 10 Missionen. Hier haben wir noch verbessere Fähigkeit eines Heilen. Drei Mal. Ach ja, das können wir auch noch machen. Stimmt. Ah, ich würde auch 6 machen. Das stimmt ja. 6, 6, 6, 6. 5, 6, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 9. Kamera jetzt alle auf 7. Dann machen wir jetzt die Missionen weiter, das sind hier alle mit 3 Sternen schon, der fehlt noch mit 3 Sternen, die wir müssen mal vorankommen. Deswegen muss ich die auf jeden Fall drin lassen. Dann haben wir noch den hier als 30er und die anderen sind alle 31. Können wir auch den wieder mit reinnehmen. Und dann haben wir wieder mit 1 Sternen, die wir mit reinnehmen. Oh, ich glaube das wird knapp, dass alle überleben. Und, oh nein, das gibt es noch nicht. So eine Mist. Ah, wieder da rein. Dann lassen wir diese Aufstellung erstmal. Ich glaube ich bin ja Level 32. Die können also jetzt meine Heldin 32 werden. Wenn einer 32 wird bis auf der Heiler, würde ich den Wechsel. Ich glaube, das war jetzt auch die sechste Runde. Also noch vier Runden muss ich machen. War einer 32 gewesen, da habe ich glaube ich drauf geschaut gerade. Aber ich glaube nicht. Jawoll. Der Voodoo-Mann ist weg. Und, oh ja. Ja, 5 Sterne, jawohl, ich habe es geschafft, joo, endlich 5 Sterne. Ein Bosskampf kann ich ja nur 3x machen am Tag, ah, die haben Level Up gehabt, nice, nice, nice. Ich glaube, jetzt sind noch 3 Kämpfe, aber ich bin nicht fertig. Oh, shit. Gut, gut, gut. Und zwar nur 2 Sterne. Ich glaube, hier fängt der DNS an, ne? Der neue Abschnitt. Weil es hört auf mit einem Boss und geht mit dem nächsten Boss gleich weiter. Und hier hört der auf und hier geht es dann weiter mit dem nächsten Boss. Oder? Egal. Keine Ahnung. Ja, doch, steht da 4.1 Kapitel 4.1. Ja. 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 Da. 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 Und dann geht das also. benefited. 0 und rein. Ent Kry tänker vor deriven von der anderen Seite. Verschen das dann. Bescheid. Wenn. Ses. Ses. Aber das ist jetzt der Kampf 8, ach, so ein Mist, aber ich glaube da können wir es wieder nur noch einmal gegen kämpfen, weil es ja ein Bosskampf, oder das war glaube ich schon das dritte mal heute. Einmal ist noch verfügbar, machen wir den einen noch, der ist jetzt auch 31, chillen. Wow, jetzt die letzte zum 5. Mein Tank ist dort. Perfekt, naja perfekt nicht, aber geschafft. Dann schauen wir jetzt mal nach. Ja, das waren alle 10 Missionen und noch ein Level Up. Was haben wir hier noch? Lesen. Oh, Dankeschön. Was haben wir hier noch? Danke, 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 danke. Hier haben wir noch beim Luftschiff, die Truhen wahrscheinlich zum öffnen. Ne, doch nicht. 25 Minuten noch. 3 Minuten geht nicht, VIP. Ach, grün war alles VIP, ne? Ne, nur die Stadt. Kann ich mir eigentlich schon neun Helden holen. Ah, da fehlen noch 3 Stück. Mist. 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 Wo kriegt man die her? Artemis. Wo kriegt man die her? Wo kriegt man Artemis her? Atemis. Atemis. 3 Stück noch. Atemis. Atemis. Was ist das hier? Ginga. Die haben wir schon. Den haben wir. Den haben wir auch noch nicht. Mojo. Mojo haben wir nicht, den Affen haben wir nicht. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir, Mojo haben wir nicht. Die haben wir auch nicht. Ginga und Mojo. den haben wir auch beim helden schauen Mojo hat das brauche ich 30 und Ginga auch 30 jedes mal kriege ich nur ein Puzzleteil also bringt nichts ok kommen wir nicht weiter also schaffe ich nicht darf ich noch eine Verbesserung verstehe ich nicht auf Level 1 kann ich das Level verbessern mit 250 davon und 700 davon 260 keine Ahnung das dauert mich lange dauert mich lang nein keine Videos gucken nein nein ok das war's das ist ja von 8 Uhr bis 11 Uhr ist ja schon 8 Uhr naja egal gut 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 das war's für heute dann werde ich das Spiel mal schließen und sage Dankeschön für Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Ticket abholen bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen tschau 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 tschau